Willkommen bei der IG Metall Küste, dem schönsten Bezirk der IG Metall. Wir haben an der Küste viereinhalb Bundesländer, 16 Geschäftsstellen, mehrere tausend Kolleginnen und Kollegen, die sich aktiv für die über 180.000 Mitglieder einsetzen. Wasser, Wind, Luft, das verbindet uns hier im Norden. Wir haben klassisch die Werftindustrie mit den Zulieferern, aber auch Automobil. Wir haben Luftfahrtindustrie mit Airbus und den Zulieferern. Wir haben ganz viel im Handwerk. Wir sind auch stark im Stahl in Bremen, aber wir sind genauso auch in der medizintechnischen Maschinenbau unterwegs. Wir haben Kolleginnen und Kollegen in Ost und West gemeinsam in einem Bezirk. Das prägt uns und das bringt uns auch nach vorne. Superkraft, Solidarität, die beruht auf Verbundenheit, Verbundenheit zueinander. Besonders wichtig in dieser schwierigen Zeit. Also bleiben wir verbunden. Unsere Gesellschaft funktioniert nur, wenn sich die Menschen solidarisch untereinander verhalten. Es geht darum, die Zukunft in Deutschland zu sichern. Es geht darum, unsere Arbeitsplätze zu sichern. Zukunftstarifvertrag jetzt und wir werden dafür einstehen und kämpfen. Solidarität ist für mich, wenn wir gemeinsam was bewegen. Eine Faust kann man nicht treffen. Einfänger schon. Die Zukunft ist jetzt und betriebsbedingte Königungen müssen endlich vom Tisch. Gemeinsam kämpfen wir an der Küste für sichere Arbeitsplätze, Standortgarant, gute Einkommen, Perspektiven, Ausbildung, Übernahmen. Für eine soziale, ökologische, demokratische Transformation. Für Perspektiven, für Zukunft. Und die Superkraft, die uns dafür zur Verfügung steht, ist Solidarität.